so leute was erwartet euch in dieser folge immer noch in rumänien luftkampf gegen bomber und mustang und moskitos also los geht's ja moin leute willkommen auf einem kanal willkommen zu barcrafts dritter teil jacke schwader 77 johann fiedmeier und weiter geht es mit den jagdverbänden über rumänien da wir schon einiges jetzt mitbekommen was da läuft oder auch manchmal nicht läuft über die abschüsse über die zusammenarbeit mit der rumänischen luftwaffe oder mit den rumänischen piloten die sich ja als sehr produktiv darstellt ich hatte da auch nicht so viel plan von dass die so eng zusammengearbeitet haben und dass da tatsächlich so viel los war aber das ist auch dem geschuldet dass die luftwaffe nicht so mein hauptgebiet ist was mir aufgefallen war als ich den dritten teil eingelesen habe und das werdet ihr noch feststellen habe ich gedacht das habe ich doch schon mal gelesen nein ab und zu wiederholen sich mal dinge und das ist natürlich auch bei so man auf demselben flugplatz ist und man fliegt immer und immer wieder gegen den feind wieder holt sich ja was und ich war dann überlegen jetzt bin ich alt und senil also ich bin sowieso schon alt aber habe ich jetzt mich vertan mit den seiten lese ich was falsch ist vor aber nein es wiederholte sich tatsächlich noch mal was und das fand ich ganz interessant weil ich musste dann hin und her hin und her bis ich es dann rausgefunden habe ja bis jetzt ist die resonanz sehr positiv es gibt also wenig sachen die jetzt angekreidet werden das heißt der johann tweedmeyer hat auch alles so aufgeschrieben wie das gewesen ist sicherlich gibt es da ein paar super späts die noch sagen würden da müssen wir noch mal bei aber im endeffekt ist es ein tagebuch das hat er so aufgeschrieben wie es erlebt hat und da kann nun kaum ein historiker was dran drehen weil das ist ja nun aus seiner sicht wie er das gesehen hat und das ist ja nun immer ein bisschen was anderes als eine historisch aufgearbeitete ja publikation würde ich mal sagen so lange rede gar keinen sinn da und sind hat es ja meistens wir steigen jetzt einen dritten teil jagdgeschwader 77 wir gehen nach rumänien und los geht's wir hatten fast eine woche ruhe vor den amerikanischen bomberverbänden dann wurde hannes riedel vom oberfenrich zum leutnant befördert großes hallo und tolle fete keiner hatte damit gerechnet am wenigsten er selber gleichzeitig musste er den posten des technischen offiziers übernehmen ich hatte den eindruck dass er das gerne tat er war nun für unseren flugzeugpark verantwortlich schon am anderen tag trat er in aktion kaum wieder nüchtern sagt er mittags zu mir wir beide holen heute nachmittag zwei neue maschinen von kronstadt fritz roggenburg fliegt uns mit der weihe dort hin nach der landung in kronstadt ging riedel und ich zur feldwerft der nachschubeinheit für meh 109 hier standen eine masse der vögel alle fabrik neu hannes war schon öfters hier das merkte ich als wir im büro des oberwerkmeisters unser anliegen vorbrachten zuerst wechselte eine flasche hennesse den besitzer der oberwerkmeister bedankte sich und sagte dann kommt mal mit ich habe ein paar schöne vögel für euch mit erstklassigen motoren lizenz bauten von fiat in italien diesen spitze vollgetankt und munitioniert ihr könnt so losfliegen hannes sagte zu mir räum die fallschirme ein und macht die abnahme ich gehe zur flugleitung als er wieder kam waren die motoren warm und abgebremst sauerstoffbehälter voll und funkgeräte abgestimmt hannes war zufrieden so sagte er nach dem start steigen wir auf 9000 meter und fliegen dann schön die motoren ein in 8000 meter durchstiegen wir leichte schleierwolken eine cirrus bewölkung mit löchern wir flogen richtung bukarest hannes meldete höhen standort dem jahr für gefecht stand ach war das fliegen schön ohne dicke autos und böse indianer aber es wurde langsam kalt in der maschine dann ein knacken in der kopfhaube ritter 72 von metropol frage hanni und quelle nanu der ja für wollte unsere höhe und den standort wissen hannes gab die antworten nach unten dann an ritter kurier auf gegenkurs hanni 75 versucht ihn zu erwischen das war ja ein ding feindlicher aufklärer auf gegenkurs und 1000 meter tiefer der musste dann ja kurz unter den schleierwolken fliegen seitlichen abstand vergrößern und augen auf ich ging auf seitlichen abstand und dann die meh auf die linke fläche und nach unten gucken nichts jetzt dasselbe nach rechts wieder dasselbe nichts da sehe ich wie hannes mit der meh einen abschwung macht schon schreit der mft unter uns da ist sie ich reiße um meine maschine rum und stürze hinterher als ich durch die schleierwolken durch bin ist hannes etwa 300 meter vor mir und vor ihm etwa 500 bis 600 meter entfernt fliegt eine moskito er schießt mit allen waffen und schreit immer wieder scheiße es ist viel zu weit die motoren der moskito ziehen dunstfahren hinter sich her sie fliegt mit notleistung dann wird die dunstfahne des rechten motors schwarz der ist kaputt die maschine wird langsamer wir holen auf hannes schreit ich habe ihn ich habe ihn ich gratuliere zum abschuss da fliegt die haube beim ami weg und zwei mann steigen aus der tommy ist noch etwa 5000 meter hoch der kaputte motor brennt inzwischen hannes kann sich gar nicht beruhigen er tobt wie toll am himmel rum und schreit immer wieder im ft ich habe ihn ich habe ihn da meldet sich der jahr für was wurde abgeschossen als hannes den abschuss einer moskito meldet gratuliert der jahr für und dann kommt der befehl beide ritter sofort lucy anton in metropol der alte war neugierig genau so war es nach der landung in boteni wurden wir schon erwartet und sofort zum gefechtsstand gefahren oberst neumann war aus dem häuschen es war der erste moskito abschuss in rumänien die als aufklärer fliegenden maschinen sind in holzbauweise unbewaffnet mit starken motoren sehr leicht und daher sehr schnell hannes erklärte dann dass er die maschine durch ein wolkenloch gesehen hat und im sturz versucht die maschine einzuholen da die entfernung aber schon sehr groß gewesen sei hat er aus wut auf gut glück einfach drauf gehalten und geschossen die hauptsache ist dass sie unten liegt und keine ergebnisse nach hause bringt so ist es sagte der jahr für oberstleutnant neumann und jetzt wollen wir erst mal eine happen essen ich bin nach einem einsatz immer sehr hungrig gewesen er führt uns zu einem tisch auf dem eine platte mit belegten broten und tassen standen er bat uns kräftig zuzulangen das ließen wir uns nicht zweimal sagen er setzte sich zu uns und sprachen mit uns über die letzten angriffe der amerikanischen bomber nach seiner meinung würden die angriffe zunehmen und bald würden die jäger die bomber begleiten aber die hätten einen großen rückflugweg und das ein großer vorteil für uns die soll man kommen dann werden wir sehen meinte hannes die kochen auch bloß mit wasser und denen geht die muffe genauso wie uns nur dass wir über eigenem gebiet fliegen genauso ist es sagte der jahr für er wünscht uns weiterhin hals und beinbruch damit waren wir entlassen so maschinen waren inzwischen aufgetankt so dass wir sofort starten konnten in ein mietziel überflogen wir erstmal den staffel liegeplatz wobei hannes kräftig wackelte das war das zeichen für einen abschuss die techniker winken mit der mütze als nach der landung die maschinen wieder auf ihrem platz am liegeplatz standen ging das große fragen und erzählen los alle hatten über den platz lautsprecher unseren funkverkehr mitgehört und wussten also bescheid jeder gönnte hannes den abschuss ein zeichen seiner großen beliebtheit in der staffel anschließend meldung beim kommandeur auch der gratulierte ganz herzlich und lud uns zu einem bier ein inzwischen bei einsatzende und essen zeit wir wurden entlassen mit den worten macht weiter so und ab mit euch ins casino die kameraden warten schon auf euch so war es dann auch die flaschen standen schon auf dem tisch und nach dem essen sagte hannes nur noch prost ich ging frühzeitig ins bett der rumänische zuika ein mais schnappst übelster sorte bekam ihn nicht trinken konnte man ihn nur mit zugehaltener nase so stank das zeug aber anderes gab es nicht und er war billig ein liter kostete umgerechnet eine mark also runter damit dafür schmeckte das rumänische anzugabier hervorragend es war hochprozentig und teuer schade wir hatten eine woche ruhe der ami flog nach süddeutschland dem fehlten anscheinend die aufklärungsergebnisse der abgeschossenen mosquito so wurde bei uns gemunkelt ich behielt die neue maschine peske war schon kräftig am polieren auch die weiße vier meine taktische zahl war schon auf den rumpf gemalt und auf dem seitenleitwerk war ein abschussbalken die jungs hat alles gedacht zum dank gab ich meinem ersten wart zigaretten und schokolade aus der startverpflegung er teilte alles mit seinen helfern er hatte aus der maschine ein schmuckstück gemacht sie war jetzt 25 kmh schneller ich bedankte mich das tat er mit einer handbewirrung ab war doch selbstverständlich er war als ward ein nicht zu bezahlender fachmann und wir verstanden uns prima kein wunder dass meine maschine prima schuss war dann dudelte eines morgens wieder der platz lautsprecher du bist so schön italia es ging also wieder los alles ging seinen gewohnten gang die karten flogen auf den tisch die ersten ging zum donnerbalken also unserem klo denn da war gerade noch platz beim zurückschlendern hörte ich die ansage des lautsprechers dass amerikanische bomberverbände in süditalien gestartet sein also rein in die klamotten und hin zur maschine ich flog wieder bei tony als nummer zwei war mir sehr recht denn wir verstanden uns sehr gut nach dem start alles wie immer steigflug der gesamten gruppe richtung turnu severin bei pluesti kam dann die gruppe vom jagdgeschwader 53 dazu auch rumäen mit ihr 80 waren plötzlich da wir waren eine ganz ansehnliche streitmacht im ft war noch alles ruhig wir haben inzwischen 7000 meter erreicht unsere gruppe fliegt wieder höhlenschutz für das jagdgeschwader 53 und die rumänen es knackt im ft spitzen der bomber über drubovnik kurs nordost die kommen zu uns unsere gruppe steigt weiter der kommandeur geht auf sicherheit fahrt und höhe ist das halbe leben erst in 8,5 beendet er den steigflug wieder meldet sich der jahr für dicke autos haben starke vorausjagd in sieben 5,5 bis 8,0 das sind unsere gegner wir müssen sie daran hindern unsere kameraden vom jagdgeschwader 53 und die rumänen anzugreifen denn die sollen ja die bombe angreifen dann wieder der jahr für mauerblümchen in zehn minuten der kommandeur ich sehe ich sehe wir sahen sie alle drei blöcke kondensstreifen kam von schräg rechts auf uns zu auch unsere tiefer fliegenden kameraden zogen kondensstreifen hinter sich her wir waren über der kondensbildenden zone der alte war doch ein ass die amis würden sich auf die 53er mit ihren kondensfahren stürzen und uns übersehen genau so kam es der alte befahl siebte staffel nimmt den linken block achte die mitte und die neute den rechten block angriff auf mein befehl die amis es waren ausschließlich mustangs die tausend meter unter uns flogen stürzen sich auf die noch 500 meter tiefer fliegenden maschinen der ersten gruppe jagdgeschwader 53 der alte schrie im ft hinein alle schrien mit automatisch stand alles auf dem kopf es gab ein fürchterliches durcheinander die mustangs die noch im verbandsflug flogen behinderten sich bei der auflösung gegenseitig die ersten mustangs stürzten brennend ab hannes riedel und tony hatten je eine in brand geschossen beide piloten stiegen mit dem fallschirm aus ich kam nicht zum schießen ich war froh dass ich in dem durcheinander tony meinen schwarmführer nicht verloren hatte ich musste aufpassen dass uns nicht von denen einer plötzlich im rücken saß die konnten verdammt eng kurven ich sah diese vögel zum ersten mal wir waren immer wieder vor diesem neuen typ gewarnt worden also augen auf inzwischen hat auch pichler schmitz und oberstleutnant niese abschüsse gemeldet aber riemer und seger hatten sich mit beschussschäden abgemeldet tony und ich hängten uns an riedel an der in einer linkskurve versuchte höhe zu gewinnen von hintern kam eine meh 109 und hängte sich bei mir an es war robert koch man war ich froh so einen erfahrenen piloten hinter mir zu haben etliche amis die bei unserem angriff im sturz das weite gesucht hatten kamen jetzt in einer großen biege in weitem abstand wieder hoch die interessierten uns weniger andere die bei unserem angriff ihre maschinen hochgezogen hatten und jetzt über uns waren wurden gefährlich tony rief mich und warnte augen auf und unbedingt dran bleiben was glaubte er wohl was ich die ganze zeit tat mit victor victor also verstanden beruhigte ich ihn ich hatte genug schiss ihn zu verlieren in einem großen bogen versuchten wir höhe zu gewinnen das passte den amerikanern die etwa 800 meter über uns flogen nicht vier mustangs stellten ihren vogel auf den kopf und versuchten mit einer scharfen kurve uns in den rücken zu kommen schießen zogen wir ihnen entgegen das hatten die nicht so gerne im sturz verreisten sie nach unten die waren wir erstmal los nach einem aufschwung hatten wir plötzlich drei andere etwas tiefer vor uns wo kam die denn her riedel griff sofort an nach einigen schüssen brannte die mustang und stürzte senkrecht ab dann brannte plötzlich eine zweite die hatte robert koch abgeschossen ich hatte nichts von seinem angriff gesehen ich musste noch viel lernen verflucht wo war der toni geblieben ich hing mich erstmal bei riedel an der zeigte mit erhobenen daumen sein in ordnung hinter mir flog immer noch robert koch man war ich froh zwischen zwei so erfahrenen piloten zu fliegen der luftkampf hatte sich weit auseinander gezogen weiter entfernt seitlich von uns flogen bomber pulks richtung pluesti auch dort tobten luftkämpfe das waren bestimmte kameraden vom jagdgeschweiter 53 dort mussten wir hin mit vollgas ging es in richtung bomber sie flogen etwas tiefer als wir leicht angedrückt versuchten wir aufzuholen ein schrei im ft weiße 2 und 4 rechts kurve mustang rechts hinter uns das war robert die meh scharf herumgerissen vier mustangs hingen hinter uns noch weit entfernt und ebenfalls in der kurve die taten uns nichts wir guckten weiter um hinter die amis zu kommen damit hatten die nicht gerechnet denn plötzlich standen alle vier auf dem kopf und verreisten nach unten am armaturenbrett fing die rote lampe an zu flackern der treibstoff wurde knapp als ich das über fungeriedel meldete sagt er nur bei mir auch wir landen in boteni das war ein flugplatz der rumäen unsere maschinen wurden sofort betankt und soweit erforderlich nach munitioniert die rumäen waren immer äußerst hilfsbereit vor einer halle stand eine messerschmitt mit der weißen sieben mensch robert das ist doch toni seine auf der flugleitung trafen wir ihn dann er hatte ganz plötzlich einen motorschaden gehabt der höhenlader sei ihm auseinander geflogen mit letzter kraft sei er hier gelandet da die hier liegenden rumänischen jäger schon meh 109 flogen würde seine maschine schon repariert abends sei er wieder in mitzil dann landeten noch zwei meh 109 es war unser staffelkapitän mit seinem katschmarek feldwebel fritz rockenbruck als auch sie getankt hatten flogen wir gemeinsam im tiefflug in breiter front nach hause die bomber hatten nach bombenwurf in pluesti nach hause abgedreht wir konnten sie nicht mehr erreichen als max unseren rückflug dem jahr für meldete warte der vor einzeln fliegenden indianern also feindlichen jägern wir würden schon aufpassen plötzlich sah ich dass rockenbruck der ganz weit links vom chef flog nach rechts kurfte und schoss im mft schrie er mustang hinter uns max kurfte nach links dann sah ich schon einen aufschlag brand eine maschine explodierte am boden eine zweite mustang hatte im tiefstflug das weite gesucht das ging alles so schnell dass außer den beiden betroffenen von uns anderen keiner was mitgekriegt hatte nach den ersten schüssen waren auch wir nach längst eingekurvt da war aber alles schon vorbei nach der landung großes hallo und gratulation bei rockenbruck der alte schlug ihm auf die schulter und bedankte sich für die rettung er hatte die mustang genauso wenig gesehen wie wir alle fritz wehrte alles ab und sagte dann in aller ruhe ich wollte den ja gar nicht abschießen ich sah den plötzlich von unten hoch kommen da habe ich geschossen um ihm angst zu machen da ist er runtergefallen die um ihn rumstehende techniker fing laut an zu lachen der alte nahm seinen rottenflieger in den arm klopfte ihm auf die schulter und sagte oberförster oberförster ich gebe heute abend einen aus schon hatte rockenbruck seinen spitznamen weg da er im zivilberuf förster war passte es ja ganz gut da der einsatz ohne verluste war und fritz seinen ersten abschuss erzielt hatte gab es abends ein tolles besäufnis auch der alte unser chef ließ sich nicht lumpen dann hatten wir fast eine woche ruhe der ami kam nicht er flog nach süddeutschland das war für uns zu weit eines morgens bat ich den chef wenn es die luftlage erlaube meine neue maschine mal ausfliegen zu dürfen wurde sofort genehmigt ich also los in großen spiralen stieg ich gern himmel ich blieb in der nähe des platzes es war eine lust so ohne auftrag und ohne den bösen feind in den himmel zu steigen am anfang stieg die meh mit 25 m pro sekunde und mit 240 km h nach oben schnell waren 8.000 m erreicht ich wollte Höhe laufen fragte der gefechtsstand nach Quelle und Hanni also Standort und Höhe die hatten mich unter Kontrolle ich stieg weiter ich wollte es wissen das steigen wurde langsamer ich fühlte mich saubohl ab 10.000 wurde die maschine etwas träger am steuer aber sie war noch voll flugfähig wenn auch etwas schwammig ich stieg weiter denn das variometer zeigte immer noch steigen an als ich 11.000 m erreichte und das nach unten meldete hielt ich den Befehl sofort langsam unter 10.000 m zu gehen ich quittierte mit Victor verstanden und nahm den Gashebel zurück und ging in den Sinkflug die Dornen hatten Angst um mich ab 10.000 m genügt nicht die Sauerstoffmaske man braucht eine Überdruckkabine und die hatte ich nicht ich fühlte mich aber sehr gut und meldete das auch dem Gefechtsstand trotzdem kam der Befehl zur sofortigen Landung Lucy Anton sofort mit halbem Gas ging es in den Sinkflug ich war überrascht wie weit man bei klarem Wetter sehen konnte weit im Osten sah ich das schwarze Meer schade dass ich runter musste nördlich von Presti brannte etwas eine dicke Rauchwolke stand am Himmel das wollte ich mir ansehen also Kurs geändert und hin ich umflog den Brand es schien ein Bohrturm zu sein ich meldete das dem Gefechtsstand nach der Landung wollte Max es denn ganz genau wissen er hing sich ans Telefon beim Abendbrot erzählte er dann dass Partisanen einen Bohrturm gespringt hätten sie seien von Rumänen erwischt und erschossen worden nach dem Abendbrot musste ich dann berichten da vor mir noch keiner in dieser Höhe war interessierte vor allem die Flugeigenschaft der Maschine in der Höhe als ich dann sagte dass die Maschine bestimmt noch höher gestiegen sei ich aber ja Befehl zur sofortigen Landung erhalten habe es dauer nicht mehr ausprobieren hätte können was mir sehr leid täte sagte Max unser Chef sei froh dass du heil wie du unten bist unser Stabsarzt hätte ihm versichert dass diese Höhe ohne Druckkabine lebensbedrohend sei Hannes Riedl fragte war der schon da oben Günter Schmitz meinte beim nächsten Einsatz werde ich den Amis wegsteigen und dann von oben ins Kreuz fahren was hatte ich da angerichtet es wurde noch tagelang diskutiert fast eine Woche hatten wir Ruhe dann dulde morgens wieder der Platzlautsprecher der Ami kam alles ging seinen gewohnten Gang nur dass ich diesmal bei Riedl als Nummer 2 flog Toni und Robert waren 3 und 4 in unserem Schwarm wir flogen wieder Höhenschutz für die Gruppe vom Jagdgeschwanderer 50 und den rumänischen Jägern zwischen Pruesti und Turnu Severin trafen wir sie dann alles wie gehabt wir flogen 1000 Meter über ihn dann kam sie in Sicht der Jafu warnte wieder vor Indianerverbänden noch waren keine Ami Jäger zu sehen aber viele Bomber alles viermotorige Liberator alles stürzte sich auf sie auch unser Schwarm Angriff von vorne auf den zweiten Pulk immer noch keine Ami Jäger in Sicht wie Regen aus der Gießkanne kam uns die Leuchtspur der Bombe entgegen die schossen mit allem was sie hatten da musste man durch selten ging das ohne Treffer ab aber meistens ging es gut es war viel Platz in der Maschine wo sie ungefährlich waren es war für mich immer ein Horror dort hinzufliegen ich kurbelte lieber mit den Jägern dort kam es auf das Können des Piloten an ich schoss auf die Kanzel des Bombers traf aber nicht die Kanzel sondern den linken Innenmotor der hatte sofort eine dunkle Fahne als ich dann meine Mäh in einer Linkskurve steil nach oben zog knallte es gewaltig ohne mein Zutun ging mein Vogel auf den Kopf und steil nach unten meine linke Fläche sah aus wie ein Sieb auch der linke Kühler hatte was abgekriegt er hatte eine weiße Fahne Gas raus und vorsichtig abfangen in 4000 Meter hatte ich sie dann wieder im Griff ich machte mich zum Aussteigen fertig denn wenn die Fläche brach musste es schnell gehen aber das schien gut zu gehen Sorge machten mir die gemeldeten Ami Jäger für die war ich eine leichte Beute aber bis jetzt konnte ich keine entdecken und es ging schnell abwärts die Fläche schien zu halten vor mir lag ein langes Feld da will ich runter mit Bauchlandung von hinten kommt eine Mäh 109 heran es ist die weiße 7 mit Toni als Pilot jetzt habe ich einen Aufpasser und kann mich auf die Bauchlandung konzentrieren da sehe ich dass am Ende der großen Fläche Flugzeuge stehen ein Flugplatz also da will ich hin vorsichtig gebe ich etwas Gas der Motor kommt hoffentlich hält er durch er fängt an sich zu schütteln dann ein Knall und er steht er hat gefressen jetzt geht es rapide runter ich erreiche den Platz nicht mehr als ich den Boden berühre rumpelt und donnert es gewaltig nach einer kurzen Rutschstrecke liegt mein Vogel still raus bloß raus als ich wieder Boden unter den Füßen habe klebt mir das Hemd am Rücken und die Knie zittern der heiße Motor knistert und knackt aber er brennt nicht ein Motorrad mit Beiwagen kommt über das Feld ich hole Fallschirm und Zündschlüssel der Fahrer ein rumänischer Soldat fragt du gesund? dann komm ich war kurz vor dem rumänischen Flugplatz Alexandrini gelandet er brachte mich zur Flugleitung dort wurde ich nett und freundlich behandelt als ich bat mit dem Gefechtsstand in Mizzil telefonieren zu dürfen hatte ich nach wenigen Minuten Ufts Kindermann unseren Gefechtsstandschreiber am Apparat der wusste schon Bescheid Toni hat über Funk meine Bauchlandung gemeldet ich würde nachmittags mit dem Storch geholt zwei Techniker fuhren dann mit mir zur Maschine um die Waffen zu entladen jetzt hatte ich Zeit mir die Beschädigung genau zugesehen im Rumpf waren vier Treffer einer hatte das Funkgerät zerstört die linke Fläche war ein Sieb ich wunderte mich dass die gehalten hatte hoch Achtung vor dem Konstrukteur der alten Messerschmitt auf der Flugleitung erhielt ich dann die Übergabebescheinigung während des Wadens auf den Storch hatte ich sehr interessante Gespräche mit rumänischen Piloten von denen einige sehr gut Deutsch sprachen Piloten die schon die 409 flogen waren von der Flugleistung hell begeistert aber alle schimpften auf die Tücken beim Start und Landung aber keine wollte sie wieder gegen ihre ihr Air 80 eintauschen das musste doch ein verdammt müder Vogel sein dann kam Hannes Riedel mit dem Storch wir verabschiedeten uns wünschten uns gegenseitig Hals und Bein dann startete Hannes direkt von der Flugleitung mit einem Kurzstart in Richtung Myzil Angeber auf dem Heimflug war Hannes sehr schweigsam das kannte ich gar nicht von ihm als ich fragte was los sei bekam ich keine Antwort vorne übergebeugt saß am Steuer und flog im absoluten Tiefflug ich wiederholte meine Frage da brüllte er halt deinen Maul was war denn mit dem los dann zog er hoch auf 50 Meter drehte sich um und sagte der Kommandeur Hauptmann Omad ist tot von Mustangs am Fallschirm erschossen so eine Schweinerei einen wehrlosen Mann am Fallschirm zu erschießen das war Mord ganz gemeiner Mord wenn das so weiter ging wo sollte das hinführen nach der Landung Rückmeldung beim Staffelkapitän Max Niese der sagte mir dann dass ich einen Herausschuss melden sollte denn die von mir angegriffene Liberator sei mit qualmendem Motor aus dem Verband ausgeschert das hatte ich nicht mehr beobachtet aber Toni der hinter mir flog hatte das gesehen und schon gemeldet es gab nur noch ein Thema auf dem Platz der Tod unseres Kommandeurs am Fallschirm allgemeine Abscheu vor diesen feigen Armypiloten nach dem Abendbrot sagte unser Chef Max Niese dann wir müssen abwarten ob das die Tat eines feigen Mörders war oder ob die Befehl dazu haben dann sehen wir weiter bis dahin rate ich jedem der aussteigen muss sich so weit durchfallen zu lassen bis er Menschen und Tiere erkennen kann dann bleibt denen wenig Zeit zu Angriffen Robert Koch erklärte dann seelenruhig aber so laut dass es jeder hören konnte beim nächsten Angriff werde ich jeden Armee der am Schirm hängt mit Wut im Bauch erschießen und bei den zehn Mann einer Besatzung eines viermotorigen Bombers bringt das schon was sie werden dann auch schon mit dieser Schweinerei aufhören darauf Max Niese laut und deutlich und ich bringe jeden vor das Kriegsgericht der so etwas tut Koch haben wir uns verstanden jawohl Oberleutnant der Alte war böse wenn er so förmlich wurde damit war das Thema aus am anderen Morgen beim Frühstück sagte Riedl zu mir wir beide fliegen um zehn Uhr nach Kronstadt zur Feldwerft um zwei neue Maschinen zu holen Turoni bringt uns wieder mit der Weihe hin na prima so schnell Ersatz für meinen kaputten Dampfer ich hatte noch eine Pulle Cognac im Spind da ich das Zeug nicht mochte nahm ich sie mit als Riedl das sah meinte er du lernst aber schnell in Kronstadt ging Riedl zum Büro des Stabsingenieurs der den ganzen Haufen leitete ich ging zum Oberwerkmeister den ich ja schon kannte bei dem Palawa wechselte meine Flasche den Besitzer als Hannes kam hatte der Oberwerkmeister mir schon zwei Maschinen zum Begutachten angewiesen beide hatten Motoren die bei Fiat in Italien in Lizenz gebaut worden waren mit denen hatten wir nur gute Erfahrungen gemacht auch die Trimbleche an den Steuerrudern waren alle gerade da sie auch sonst einen guten Eindruck machten waren wir uns schnell einig Hannes Riedl erledigte den Papierkram ich sorgte dafür dass die Funkgeräte auf die richtige Frequenz gerastet wurden beide hatten das neue FUG 16ZY die Waffen waren justiert und voll aufgeladen als Hannes dann wieder kam waren die Motoren warm gelaufen wir starteten sofort in der Luft meldete Hannes unserem Start dem Jahr für Gefecht stand da die Tanks samt Zusatztank voll waren baten wir um die Erlaubnis unsere Maschinen gleich einfliegen zu dürfen wir durften und stiegen langsam aber sicher mit dreiviertel Gas auf 8500 Meter Höhe in Hannes 7 lag eine dünne aufgerissene Schleierwolkendecke sie stört uns nicht die Sicht war sehr gut meine Mäh war auch sehr gut keinerlei Macken sie lag wie ein Brett in der Luft und reagierte auf den kleinsten Steuerausschlag sie war genauso gut wie die alte zerschossene Maschine es war eine Lust zu fliegen der Zusatztank unter dem Rumpf war leer er wurde ständig in den Haupttank aus dem der Motor versorgt wurde umgepumpt somit war dieser immer voll ich stellte die Pumpe ab ich hatte jetzt noch eine Flugzeit von einer Stunde und zehn Minuten links unten lag Plouesti mit seinen Bohrtürmen wir flugen Richtung Tourno Severin dem Eisernen Tor wo die Donau durchs Gebirge fließt ich fliege etwa 100 Meter links neben Hannes die Sicht ist sehr gut es knackt im FT die da unten wollen Quelle und Hanni wissen also unseren Standort und die Höhe in der wir fliegen Hannes sagt es ihnen dann ist wieder Ruhe im Funk es knackt erneut beide Ritter fliegen sie Caruso 175 mit Express über Metropol in Hanni 7000 einzelner Kurier das ist ja ein Ding ein Aufklärer über Bukarest wenn wir den erwischen könnten das Jagdfieber ergreift uns Hannes ruft im FT sperr die Augen auf den müssen wir erwischen was glaubt er was ich die ganze Zeit mache ich gucke nur nach vorne und nach unten ich schalte meine Waffen auf das Reflexvisier ein man kann ja nie wissen wir werfen den leeren Zusatztank ab dadurch werden wir etliche Karma schneller ich lege die Maschine auf die linke Fläche nichts dann auf die rechte Fläche wieder nichts dasselbe nochmal Ergebnis wie vorher dann meine ich unter den Wolken einen Schatten zu sehen jetzt geht alles automatisch halbe Rolle Abschwung mit Vollgas und Sturz durch die Schleierwolken als ich durch die Wolken bin fliegt die Moskito direkt vor mir ich schieße mit allen drei Waffen ich bin so nah dran dass ein Vorbeischießen unmöglich ist meine Schüsse treffen voll den linken Motor und dann den linken Flächenansatz der Motor brennt sofort und die Fläche bricht ab ich kann gerade noch steil hochziehen um nicht damit zusammenzustoßen ich schreie ins FT Hannes ich hab sie melde Abschuss einer Moskito er antwortet ich sehe meinen Glückwunsch jetzt rief ich den Ja für Gefechtsstand Ritter 7-4 melde den Abschuss einer Moskito zwei Mann sind mit dem Fallschirm ausgestiegen dann Hannes Ritter 7-2 bestätigt Abschuss dann kam vom Ja für beide Ritter machen sofort Lucy Anton in Metropole wir landeten in Bukarest beim Jagdflieger für Rumänien Oberstleutnant Neumann der alte war neugierig als Hannes zur Landung ansetzte flog ich erstmal wackelnd über den Platz um meinen Abschuss anzuzeigen nach der Landung rollte ich zu der Maschine von Hannes deren Motor schon stand Tankwagen und Waffenwarte kümmerten sich sofort um unsere Maschinen ein Kübelwagen brachte uns zum Gefechtsstand dort wartete der Ja für mit ein paar Offizieren auf uns nach der Meldung von Hannes Riedel gab er uns die Hand und mich beglückwünschte er zum Abschuss er konnte es nicht fassen dass schon wieder eine Moskito von derselben Rotte abgeschossen wurde und dann zu mir sagen sie mal wie alt sind sie eigentlich sie sehen noch sehr jung aus 19 Jahre Herr Oberstleutnant das habe ich mir gedacht wie viele Feinflüge haben sie Auszeichnung 30 Feinflüge bronzene Frontflugspange EK2 haben sie Abschüsse der will es aber genau wissen eine Lightning eine B17 sowie zwei Herausschüsse er winkte einen Oberleutnant zu sich wechselte ein paar Worte mit ihm und bat uns dann zum Tisch ein Gefreiter im weißen Drillig brachte Kaffee und belegte Brote wir ließen uns nicht zweimal bitten Hunger hatten wir immer es wimmelte hier von Luftwaffen Helferinnen und Offizieren hier schien ein Haufen Personal beschäftigt zu sein und wir waren mit Sicherheit im Moment der Mittelpunkt des Interesses vor allem das weibliche Personal schien sich besonders für uns zu interessieren man gab es hier hübsche Mädchen immer wieder machten sich einige hier im Raum zu schaffen hier möchte ich mal eine Nacht bleiben aber daraus wurde nichts der Oberleutnant kam zurück und gab Neumann ein schwarzes Etui in mir kam eine Ahnung hoch Oberstleutnant Neumann stand auf ging einen Schritt zurück und bat mich aufzustehen nahm aus dem Etui ein eisernes Kreuz erster Klasse und heftete es mir an die Fliegerbluse in Anbetracht ihrer hervorragenden Leistung verleihe ich ihnen das eiserne Kreuz erster Klasse machen sie weiter so dann sehen wir uns noch öfter ich bedankte mich im übrigen ernenne ich hiermit Leutnant Riedel und sie zu meiner Moskitorotte die im Rahmen ihrer Einheit für die Aufklärerjagd dauernd zu meiner Verfügung steht Hannes Riedel gratulierte mir zum EK1 und zu Neumann gewandt wir versprechen alles zu tun um noch ein paar dieser Vögel vom Himmel zu holen ein Unteroffizier machte eine Meldung beim Jahrfüh zu uns sagte der es waren übrigens N Länder soeben erhalte ich die Meldung dass die Rumänen zwar englische Flieger gefangen haben das wird die Besatzung der Moskito sein wir erhielten Starterlaubnis unsere Maschinen waren inzwischen aufgetankt und munitioniert bläht 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 Untertitelung des ZDF, 2020